Hallo, ich bin Nicole, Mama von zweihundertvollen Sünden und ich möchte euch heute unsere Babyschale, den Babysafe Eyesize vom Rittagsrömer, vorstellen. Wir nutzen die Babyschale von unserem 13 Monate alten Sohn, den Anton, und können sie noch bis zum 15. Lebensmonat nutzen und brauchen uns vorher noch keine Gedanken über einen neuen Sitz zu machen. Bei Moritz, unserem Großen, mussten wir bereits nach zehn Monaten einen neuen Sitz kaufen und das hat hier noch Zeit. Dann besonders wichtig für unser kleines Krümelmonster ist der abnehmbare, waschbare Bezug und die Schultergürte müssen dafür auch nicht entfernt werden, also geht's ganz schnell. Dann für mich als Sicherheitsgefühl finde ich echt super, dass es Farbindikatoren gibt, die zeigen, ob ich die Babyschale richtig auf der Base bzw. den Kinderwagen fixiert habe, denn sie springen dort von rot auf grün. Dann hat der Babysafe noch ein Sonnenverdeck, gerade hier bei Spaziergängen im Hamburger Schiedwetter schützt das Anton vor Wind und Regen und auch im Auto und hat sogar noch ein Lichtschutzfaktor 55+. Dann gibt es hinten an der Babyschale einen Griff, das es mir ermöglicht, in einer aufrechten Position die Babyschale entweder auf der Base oder auf den Kinderwagen zu fixieren und ja, das schont dabei auch noch meinen Rücken. Wir legen auch noch besonderen Wert auf Sicherheit und das bietet diese Babyschale, denn sie hat eine Seitenaufbreitschutztechnologie und schützt Anton im Fall eines Unfalls sogar zweifach. Zum einen werden die Kräfte von ihm abgewendet und sogar gedämpft. Wir müssen nur darauf achten, dass diese Technologie zu der türgerichteten Seite genutzt wird. Ja, ich kann die Babyschale nur wärmstens weiterempfehlen und ich hoffe, wir konnten euch mit unseren Erfahrungen ein bisschen weiterhelfen. Tschüss! Musik Musik Musik